Hallo liebe Freunde und willkommen beim Digitalfuchs. In diesem Video möchte ich euch einmal alle Fahrzeuge von ADIRT5 vorstellen. Ich werde mich vorab schon mal entschuldigen, das ein oder andere Fahrzeug werde ich im Eifer des Gefechts wahrscheinlich falsch aussprechen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welches Fahrzeug ich diesmal wieder falsch ausgesprochen habe. Und ich würde sagen, wir fackeln aber gar nicht lange rum, denn das Video wird so schnell lang genug. Und ich stelle euch direkt mal die Fahrzeuge vor. Und zwar haben wir hier einmal den Lancia 037 Evo 2, den BMW M1 Pro Car Rally. Ihr könnt das Video natürlich jederzeit pausieren, um die Werte miteinander zu vergleichen. Hier ist der Ford RS 200, Peugeot 205 T16 Evo 2, Porsche 959 ProRide Rally Rate, den Mitsubishi Lancer Evolution 6, Peugeot 306 Maxi, den Renault Sport Clio Williams Maxi, Ford Escort R5 Cosworth, Subaru Impreza 54 Rally, die Schrift ist auch ein bisschen komisch, daher fällt es mir nochmal schwer, Fiat 131 Abarth Rally, Ford Mustang GT Fastback Rally, den Porsche 924 Carrera GT 5 Rally, oder GTS, Entschuldigung dafür, Lancia Stratos, den Porsche 9 FSC Schrägstrich RS Rally, Volkswagen Race Touareg 3, Mini John Cooper Works Buggy bei X-Raid, Okay, den BMW, Zodiac Car Racing BV6, Peugeot 308D, KR Maxi, Lafitte GTX X-Road, wie gesagt, Entschuldigung schonmal dafür, W5 Auto Racing Titan, Ford Fiesta R5 MK2, Skoda Fabio Rally 2 Evo, Volkswagen Polo GTI R5, Citroën C3 R5, Ford F-150 Raptor, Pre-Runner bei Deberti Design, Ford F-150 Raptor, Mitsubishi Evolution, E-Evolution, Chevrolet Colorado ZR2, Bison, Cadillac Escalade, Pre-Runner, Sie können mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, welche Autos euch fehlen und ihr gerne da drin gehabt hättet, Porsche Cayenne Transsibiria, Audi A.I. Trail Quattro, Aston Martin DBX, Peugeot 208 WRX, Volkswagen Beetle Rallycross, Audi 51 EK5 RX Quattro, Megane R5 RX, Subaru WRX STI, RX Supercar, Mini Cooper SX-I, Aston Martin V8 Vantage GT4, Audi TT als Safari Edition, BMW M2 Competition, Ford Mustang GT4, Fiat Abarth 124 Rallye, Lotus Exige RGT Rallye, Porsche 911 RGT, W5 Auto Racing Mudclaw, Jupiter Hawk 410, Ariel Nomad, Ariel Nomad Tactical, Volkswagen Bacher Beetle, Armada Engineering Class C, Exo Motive, Exo Z Offroad, Brentle Industry Class 10, Blitz World Beast, Speed Car Wonder, Speed Car Extreme, Volkswagen ID Buggy, Brentle Industry Class Buggy, oder Class E Buggy, Jimco Unlimited Class 1, Jimco Unlimited Truck, Armada Engineering Unlimited Truck, Brentle Industry Unlimited Truck, und das war's soweit schon mal. Es kann natürlich immer sein, dass Fahrzeuge nochmal per DC nachgereicht werden, wenn das so sein sollte, werde ich euch jedenfalls dazu nochmal auch nochmal ein Video machen. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, welches Fahrzeug euch hier tatsächlich gefehlt hätte, welches ihr ganz gerne dabei gehabt hättet. Ich hoffe, das Video euch soweit gefallen, hoppt mir auf den Like Button, schreibt mir ansonsten liebe Grüße in die Kommentare, ihr wisst schon, falls ihr meinen kleinen Kanal ein bisschen unterstützen möchtet, lasst mir gerne ein Abo da, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liebe Freunde, euer DigitalFuchs. Bis dahin, liebe Freunde. Bis dahin, liebe Freunde. Bis dahin, liebe Freunde. Bis dahin, liebe Freunde. Bis dahin, liebe Freunde.